hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play battlefield 4 aber diesmal eine etwas andere runde und zwar zur erklärung die idee habe ich vom werten zero hero dem werde ich euch auch unten verlinken und und zwar ihr kennt aus battlefield 3 waffenmeister und aber diesmal etwas anders ich werde auf einer feuerschaft map spielen und zwar wenn ich jemanden kille muss dann während halt seine waffe auf dem boden liegt seine waffe aufheben und mit der halt noch mal einen killen wenn ich das nicht schaffe also sprich nicht seine waffe aufgehoben bekomme in der zeit dann zählt der kill nicht als sprich nur welchen kill die waffe aufhebe und wenn ich die dann hab halt wieder von vorne wieder ein killen also so wird es dann so wird ablaufen und ja mal gucken wie es bei euch so ankommt ich hoffe gut und ja also dann werden wir mal sehen wie ich so klappt das ist natürlich nicht die beste map dafür glaube ich du bist du ich hab's vorerschaft nur die gespielt nomination ok medic ok los geht 300 tickets ok dann geht es einigermaßen schnell entschuldigung dass ich heute ein bisschen verschnupft bin ich bin ah fuck fängt ja mal wieder dolle an killhilfe nur ok ok hoffentlich wird das was das ist die Fuck ey, warum muss er mich auch töten? Ich wollte gleich ne Waffe. Ne U100 Mk5. Hm. Okay. Hoffentlich klappt es dann jetzt auch. Scheiße. Scheiße. Hey, jetzt eine Waffe. Wo ist er? Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren. Fuck. Also zählt nicht. Okay, was haben wir denn hier? Nachladen. Also Nummer Wuro 1. Fuck. Scheiße. Hoffentlich retzt man mich jetzt. Okay. Ich werde mich jetzt nicht auf Flaggen einnehmen konzentrieren, sondern auf dem Waffenmeister-Mod. Oh fuck. Scheiße. Ach nö, oder? Ach nö, oder? Ja erstmal direkt von mir aufglobben und blockieren. Ja klar. Okay. Was war das hier? Fuck. Scheiße. Scheiße. Headshot-Modell. Ah. Okay. Fein. Feine Sache. Okay. Das war dein Anf Brenzler. Jetzt schnell seine Waffe aufheben. Was haben wir denn hier eigentlich für ein... Nein! Fuck! Ich hab echt kein Glück. Nummer 2 auf jeden Fall. Hab ich dich. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Was bin ich denn? Oh, Sand! Okay. Nur mal Droh. Gut. Was ist denn... Oh Gott. Visierung. Geht ja mal gar nicht die Visierung. Alter, der hat ja noch nicht mal das richtige Madcat. Ich krieg's nicht geschissen, Alter. Will den großen Magazin. Okay, war nicht meiner. Fuck. Oh, ich war sogar geretzt. Yeah. Okay, erstmal... Mich erholen ein bisschen. Okay. Fuck. Gerade jetzt. Warum hab ich eigentlich nicht auf die Piste geweckt. Ich hab doch gesehen, dass ich kaum Mund hab. Ich dachte, ich krieg den noch kalt mit dem 5. Und auf jeden Fall nur mal Rot-Duro. Oh, 3, oh. 3, oh. 3, oh. 3, oh. 3, oh. Wir kontrollieren jetzt Einsatz von Wärmung. Aber. Ah, fuck. Ah, scheiße. Scheiße, Mann. Äh. Wir haben Einsatz für Charitas. Wir haben Einsatz für Charitas. Fuck. Oh, ja. Und jetzt schnell. Zeig. Nummer 4. Feine Sache. Was will ich denn hier? San ohne Sanntasche. Genau, wieder dolle. Nummer 4. Ah, scheiße! Scheiß, M320. Oh, vier. Ah, geil, ich hab das A-Corn frei. Wow. Okay, ah, ich bin Pionier? Fuck! Gorillia soll dir, alter. Nervt. Okay. Ich hatte es, wenn's dunkel wird. Hilfe! Einsatzstil Alpha setzt unter unserer Kontrolle. Okay. Wo waren wir? Nummer vier. Ne, Nummer fünf. Ne, vier. Okay, krieg ich noch die Nummer sechs hin? Nein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Sagt, haut's in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Mein Name ist Bahnfahren und ich bin jetzt raus. Ich bin ein bisschen nervös. Let's teilen, ich bin ein bisschen drastisch. Vielen Dank.